In wenigen Augenblicken verlassen wir diese Krachten und erreichen den Fluss, die Amstel. Die, trotz der über 100 Krachten und Kanäle, die Amsterdam zählt, der einzige natürliche Wasserwind der Stadt ist, den Amsterdam den Namen verdankt. Stier, tor. Gruschtämme. Gruschtämme, sehr. In wenigen Stunden verlassen wir diesen Kanal, um zu erreichen, zu L'Amstel. Contrairement zu 100 Kilometer, L'Amstel ist der einzige Kordea der Stadt. Es ist in dieser Rive, dass Amsterdam sein soll. Auf der linken Seite sehen Sie das Zielgestein von der Rathaus. Das runde Gebäude aus weißem Armour, das neben dem Rathaus steht, ist das Musiktheater. Das 1907 eröffnet sich, hier haben der Niederländische Opernchor und das Staatsparlent ihrer Einstädte befunden. Unterröten auf den Schönen, das zusammenfalt erregend ist der Rathaus. Das ist die Hauptstadt. Das größte Berndung des Wightmarbles Blanker, das dringend ist der Musiktheater. Es ist eine Jahrzehnte, in 1987, und hier ist der Siege der Tourabendung. Es ist eine gute Messe. Links steht ein großes Gebäude, das über 300 Jahre lang die Alltagszeit war. Heute ist es ein prächtiges Museum, das einen Teil der Hermitage-Spring-Zoom vorstellt. Auf der Seite sehen Sie ein großes Bild, das als eine alte Menschen-Hoppe für mehr als 300 Jahre. Heute ist es ein schönes Museum, die ein bisschen der Kollektion des Hermitage-Museums in St. Petersburg.